Hey, sind wir da? Bist du schon drin? Ich bin schon drin. Echt noch nicht? Ja. Ich bin einer von der schnellen Sorte. Ich bin aus der falschen Tür rausgegangen. Oh! Zweigweeper! Warum? Hilfe, ich komm nicht weg. Lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Die machen ja was kaputt. Warum machen die eigentlich was kaputt? Ich hatte ja mal abgeschaltet. Ich muss vielleicht nochmal abschalten. Ja, wahrscheinlich. Weil, ähm... Vielleicht ist das nicht ganz abgeschaltet. Oh! Wir haben ein Loch in unserem Häuschen. Ja, Kuckuck. Hi, Fee. Hi. Warte, ich soll mal zum Rapper rein. Weil das schalten wir wieder ab. Weil das ist echt nervig, wenn du dann nur am Reparieren bist mehr. Ja, deswegen hatte der Enderman wahrscheinlich auch was in der Hand. Weil ich dachte erst, ja, okay, der hat was in der Hand. Weil, grüße ich dich halt. Ja, scheiße ist. Ja, muss ich nochmal nachgucken. Ja, musst du nochmal abschalten. Ja, weil ich glaube, die ganzen Einstellungen sind dann wahrscheinlich auch weg. Weil ja irgendwie alles weg ist. Ne, ich hatte das nachher nochmal über die Konsole eingegeben gehabt. Jetzt im Nachhinein. Noch ein Creeper, noch ein Creeper. Wo? Ja, hier auf der Seite. Ich lock den gerade weg. Komm. Ist unsere Ernte jetzt kaputt gegangen? Oh nein, die ist Gott sei Dank noch Platz. Nein, nein, nein. Ich bin... Ne, ich dachte hier durch den einen Creeper. Das müssen wir ganz dringend abschalten. Ja, das ist bange. Ja, das ist bange. Oh, es wird Nacht. Bange? Warum? Weil es halt Nacht wird. Das war falsch. Schnell beden gehen. Schnell beden gehen. Schnell ins Bett. Wo bist du? Hey? Ich bin schon im Bett. Okay. Pennen wir halt sonst was. So. Ja gut, wir haben ja auch noch nicht die Waffen. Und die ganzen Sachen. Ja. So. Ich würde gerne... Sollen wir uns versuchen an einem... Nicht Photovoltax, sondern an einem... Wie hießen wir jetzt nochmal? Pulverisierer. Pulverisierer. Dafür brauchen wir einen Kolben. Für den Kolben brauchen wir Eisen, Holz und einen Redstone. Redstone habe ich hier... Warte, glaube ich. In dem Tisch. Ne, habe ich nicht. In der Kiste. Wo? Da ist eben Redstone. Und Eisen brauchen wir. Eisen klauen wir jetzt einfach mal. Da ist einfach zu Eisen. Jetzt nicht, aber... Ja, warte. Komm her. Ja, warte. Ich schmeiße dir zu. Wo denn? Achte. Dann bauen wir schon mal den Kolben dafür. Kolben. Alter, die Fliege geht mir auf den Geist. Einen. Einen brauchen wir ja erstmal. Guck mal. So. Feuerstein brauchen wir. Und was ist das? Redstone... Äh. Haben wir einen Goldbarren schon? Ne, aber wir haben Gold. Guck mal in meiner Kiste. Das ist zwei Gold. Guck mal in meiner Kiste. Das ist zwei Gold. Alles klar. Muss man erstmal... Oh, schon wieder ein Creeper. Ach. Ich kenne jetzt gerade den Befehl nicht aus, wenn sie die fällt. Tut mir leid. Geil. Ja. Der hat... Die Höhle. Haben wir Kupfer auch? Kupfer... Ja, stimmt. Kupfer haben wir auch. Alter! Hau ab, du blöde Fliege jetzt. Der hat eine Höhle freigesprengt. Toll. Bin stolz. So. Habe ich... Nein, ich habe keine Fackeln dabei. Ich habe Fackeln. Und keine Kohle. Aber Kohle habe ich hier. Warte. Kupfererz. Kupferkies. Ich weiß, eigentlich sollten wir das jetzt pulverisieren. Aber wie sollen wir das machen? So. Eisenerz. Nein. Kupfererz. Ja. So. Pulverisierer. Was brauchten wir denn jetzt? Redstone. So. Davon brauchten wir einen. So. Zinnrad. Haben wir den Zinn? Zinn haben wir auch, ne? Zinnrad. Dafür brauchen wir Zinnbarren und Eisenbarren. Haben wir Zinn gehabt, Faye? Ja. Einen habe ich. Einen Zinnbarren? Ja. Einen Zinnbarren? Oh, wir brauchen mehr. Mehr als einen Zinnbarren. Einen Zinn. Boah, die Hülle ist ziemlich groß. Ich geh jetzt nur... Hol' nur mal eben das Eisen. Wir brauchen viel Eisen und wir brauchen eins, zwei... 4 Zinnbarren brauchen wir, 4 Silber, was ist denn ein Zinn? 4 Zinnerz hast du, das reicht doch Zinnerz Echt? 4 Zinnerz? Alter, hau ab du blöde Fliege jetzt Ich wusste jetzt nur eins, also ich... Achso, dann müssen wir auch noch einen Generator gleich machen Also die Höhle ist cool Wo ist die denn? Direkt hier vorne an oder was? Ne, ne, ist ein bisschen weiter Achso Ich bin ein bisschen wandern gegangen Alter, die Fliege, die nervt So, erwischt Entschuldigung Du hast so gekloppt, ich würde schon sagen, wir kloppen jetzt Fliege, erschlagen die mich ganz ehrlich Oh nein, ich bin am vertreten schon, oder? Alter, schon wieder eine Fliege, das gibt's ja nicht Äh, wo bin ich denn jetzt? Am Spinnenbaum ist die Achso, Alter, schon wieder eine Fliege Die geht auch ziemlich tief rein, aber ich hab jetzt... Doch, warte, ich kann Fackeln craften Ich markier die mal eben Musst du ja was essen, ne? Ja, natürlich Was ist immer dabei? Kürbis, die sind sehr selten Hab ich mal gehört Mal eben Fackeln davor machen So, Zinn haben wir auch So, Eisenherz erstmal wieder herstellen So, Kupf, äh, Pulverisierer So, zack Und der Creeper hat den Eingang zu der Höhle freigesprungt Das ist voll geil Das ist sehr nett von dem Creeper, find ich Ach, Kupferzahn wieder machen wir auch Ja, aber die geht ziemlich tief Okay Wenn ich, äh... Ach, wir brauchen ja auch noch Glas Kannst du Sand irgendwo mitbringen? Hm Ich gucke Ach, das ist ne Kuh Ich was schon sagen Schon wieder ein Creeper Spinnental Ich hab die jetzt Spinnental genannt Ich hab die jetzt direkt markiert Ähm, darf ich aber mal eben was essen Weil sonst, äh Haben wir mich nicht mehr Ich bin gerade selber auf die Suche nach Sand Ich bin nur in der Nähe vom Wasser Ja, ich auch Please, please Und ich habe Sand Ich bin nur in der Nähe vom Wasser Ich bin nur in der Nähe vom Wasser Wie viel Sand brauchst du? Pff, bring mal ein bisschen was mit Also 8 Sand hab ich schon mal Ach, das dürfte eigentlich noch mal Oh, dann kann ich Kann ich auch schon mal Ton mitnehmen Ähm, Pulverbesiere haben Dann gehen ja auch nackt die anderen Sachen los Genau Die Ton brauchen wir dann nachher so Genau Warte, ich mach glaube ich noch einen zweiten Ofen Das dauert gerade ein bisschen lang Ja gut, wobei, lass ich erstmal durchlaufen Aber wobei, man braucht eh glaube ich noch zwei Öfen oder sowas Du brauchst nachher mehr als zwei Hey Also ich hab das markiert, die Höhle Hm Jetzt mal gucken So Zahnrad 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 Oh Ähm, ja Was denn? Ich hab mich mit mir hier in einwand Was? Ich hab nur noch ein kleine Miniville gefunden Da ist aber eigentlich Geh ich mal eben da rein Also ist so ein Durchgang, dass immer Eisen Und wenn ich das jetzt mal eben Dreck nicht Und Eisen brauchen wir ja Kohle, Kohle, Kohle Die wird immer gebraucht Komischerweise, die braucht man immer Ja, nachher sammelnst du die Noch nicht mehr so extrem So, einmal Pulverisierer Haben wir fertig? Jo So, jetzt brauchen wir nur noch Saft dafür Wie hieß denn das Ding nochmal? Boah Gute Frage Gute Frage Kohle Wie hieß denn das Ding jetzt nochmal? Ich hatte es gerade noch gehabt Energiemonitoren Was hieß denn das Ding nochmal? Kohle Kraft Strom Ah, wie hieß'n der nochmal? Ähm... Ah ja... Ah, vorhin hatte ich den noch, ne? Ja, du hast es gerade noch gesagt gehabt. Ich werde alt, glaube ich. War der von Thermal? Thermal? Ah, ich meine das. Der war von Ender IO, glaube ich, ne? Ja, ich meine auch. Sterling Generator, genau. Äh, was brauchen wir denn dafür? Ziegel. Basiszinnrad. Ein Basiszinnrad. Alles klar, soll man hinkriegen. Eins, zwei, drei. Vier. Und nochmal einen Kolben. Ah, das gibt's doch nicht. Echt nochmal einen Kolben? Okay, einen Kolben kriegen wir auch noch hin. Und einen Ofen. Äh... Gut, einen Ofen kriegen wir auch noch hin. So, Ofen kriegen wir auch noch hin. Und dann... Was haben wir denn jetzt? Was fehlt uns denn? Ach, Ziegel, glaube ich. In dem einen kann ich da... Ja, äh, kann ich da Eisen reinpacken. 16... Eisen... Was brauchen wir denn da? Oh, 30 Meter Quatsch haben wir. Dafür könnte man wahrscheinlich so eine Solaranlage... Oh, ich bin... Naja... Ich bin kurz vorm Verhungern oder so, ne? Ist echt doof. Ach, das probiere ich mich auch gerade. Ich weiß nicht, welchen Stein ich jetzt gerade brauche. Ich wollte mich nicht hinlegen. Ja, kann man machen ja eigentlich rechts. Komm, dann... Nein, ich wollte mich nicht hinlegen. Ach so. Dann lege ich mich jetzt mal eben, weil es ist echt dunkel. Sonst... Irgendwie... Ja... So, ich liege auf. Ich weiß nur nicht, wie ich die einen Stein reinkriege. Ui... Ich verhandle nochmal... Welcher? Ja, das weiß ich auch noch nicht genau. Nice. Ach so, muss ich da vielleicht... Muss ich den Bruchstein da vielleicht mit? Muss ich den Bruchstein da vielleicht, äh... maybe, oder? Das weiß ich jetzt nicht. Nee... Welcher Stein meinten du communst? Stein also, wieso? Nee, Bruchstein ist ja Cobblestone. Äh, äh, äh... Für den, Für den Stirling Generator. Dann brauchst du so schwarze Granit-Balsar-Ziegel. Du brauchst bringst Ziegelsteine dafür. Ah, warte mal! Ich glaube, ich krieg's nur auf Stein oder so. Auf Sterling-Generator? Ich muss mal eben gucken. Ich mach mir gerade Stein jetzt extra. Und dann müsste das Eigenartig da... Wieso find ich den nicht? Gib doch mal Generator ein. Ah, hab schon, hab aber schon. Stein-Ziegel, so, zack. Wie viel brauchen wir denn dafür? 1, 2, 3... 5 brauchen wir. Hab ich jetzt noch Bruchsteine irgendwo? Ach, das ist Gebrannte. Und dann machst du dann Ziegelsteine raus. Das sind nur Gebrannte, ist egal. Da kannst du Quazit nehmen, da kannst du alles nehmen. Ja, aber du musst daraus erst... Ich muss erst Cobblestone machen. Nee, du musst die Feuer brennen. Nee. Cobblestone brennen, klar. Und dann nimmst du die vier Steine. Genau. So, ich muss mal eben da hin tun. Welche du nimmst, ist scheißegal. Ja, ja, aber ich muss erst Bruchsteine rausmachen. Du hast doch... Und dann Bruchsteine... Ja, ja, nein, du musst erst... Das andere ist alles andere Zeugs. Ich weiß nicht, ob das danach... Jetzt muss ich da Stein rausmachen. Ich muss da erst Stein rausmachen. Ah, da brauchst du was, was du dafür brauchst? Was denn? Ja, ist das nette Gerät. Ja, weiß ich nicht. Ich mach doch gerade. In dem Ofen. Bin ich gerade am Herstellen. Stein und dann... Ich baue vier Steine und danach habe ich dann raus... Ja, du hältst einfach den Schlüssel. Ach so. Ja, jetzt ist es vorbei. Jetzt habe ich ja das so gemacht. Drei... Einen brauche ich noch und dann... Ja, zack ist durch. Jetzt können wir da irgendwo... Weiß ich nicht. Was ist das? Ihr Eisenerz ist auch noch da. So. Jetzt habe ich vier Steine. Da hast du gefurzt, Hund. Was? Ach so. Alter, hier stinkst du. So, und wir haben einen Sterling-Generator. Vielfell. Einen Sterling-Generator. Ja, super. Äh, wie war denn das nochmal? Du konntest da draufpacken. Pack das da drauf, dann müsste das an sein. Was? Überall, aber wenn du da jetzt was reintust oder da drunter... Ja, weg. Also das Gerät da drauf oder den Sterling-Generator. Oh, toll. Ja, dann pack doch das einfach den... Ich wollte den da draufpacken, ich habe den versehen nicht da hinten gepackt. Bist du doof oder was? Nein, du kannst auch das andere Gerät da draufpacken, also den... Ach so, den Pulverisierer, meinst du? Ja. Obendrauf. Dann müsste er ja automatisch verbunden sein. Ich habe die falsche Axt genommen. Geh doch mal weg. Geh doch mal weg. Jetzt machst du einfach nur Kohle rein, unten. Das tut mir zwar nichts, aber... Oh, meine Kohle geht mir langsam mal hier. Zack. So, und jetzt zum Beispiel... Ich tue jetzt mal... Habe ich jetzt was? Nein. Ah, ja, aber der füllt sich mit Energie auf jeden Fall schon. Ja, genau. Und jetzt nehme ich mal Silber zum Beispiel, ja? Ja. Das ist aber auch wirklich der Pulverisierer. Gab es da nicht mal was anderes? Ne, ne. Der war laut. Konntest du ja jetzt noch... Ach so, warte. Wir können da noch... Ich wollte Silber... Ne, da gibt es noch einen anderen. Da kannst du nämlich... Da hat der drei Sachen rausgemacht. Aber wie hieß der nochmal? Nicht Pulverisierer, sondern... Dann hattest du drei Fächer, weißt du das noch? Der hat ja nur zwei. Der macht nämlich nur das raus. Das Pulver. Der andere... Ich guck mal eben, wie der heißt. Äh... Nicht Pulverisierer, sondern... Da hattest du doch drei Sachen. Nicht Pulverisierer, sondern... Ich guck mal jetzt. Ich guck mal, wie ist das nicht Pulverisierer? Ähm... Ähm... Warte, dann guck ich nochmal nach, ob du vielleicht meinen könntest. Legierungsschmelze? Meinst du, das ist die Legierungsschmelze? Ne, ist ja was anderes, oder? Ne, ne, nicht die Legierungsschmelze. Da kannst du nämlich auch mit... Da kannst du auch Pulver mitmachen, weißt du? Malwerk. S-A-G-Malwerk. Ja, genau. Genau, genau, genau. Da kann man Maschinenhülle... Ja, da kriegst... Da brauchen wir... Haben wir noch Gold? Äh, wahrscheinlich nicht. Ich hab noch Gold. Ich muss da Nuggets rausmachen. Genau, der war doch besser. Da hattest du doch drei so Fächer und dann kam das... Genau. Wie ist denn das jetzt nochmal? Ich hab's wieder vergessen. S-A-G-Malwerk. Feuerstein-Eisen. Äh, wir brauchen wieder Kolben. Aber hier aus dem Mehl mach ich jetzt mal eben. Ich mach mal eben Mehl. Macht der denn Mehl daraus? Ja, ja, klar. Das macht der. Aber der Smelter hat mehr gemacht, mein... Ach, der ist... Das... Mal... Wehr... Hat mehr gemacht. Hä? Wie haben wir das angesammelt? Ich hab... Achso. Ich hab mal eben zwei Brote. Wir brauchen so viel Eisen dafür. Ihr sagt, haben wir Eisen haben... Aber kein Ohr im Redstone, ne? Doch! Doch, das hast du mir grad vor die Füße geschmissen. Ich mach's jetzt mal in die Kiste. Hier zwei Redstone haben wir. Warte, warte. Und ich hab hier noch 16 Eisen. Ja, gut, Eisen dürfte ja nicht ein Problem sein. Na, der hat mehr gemacht. Aber ich pack jetzt mal eben, weil das Mehl trotzdem... Ich hab jetzt nochmal vier. Dann kann ich schon mal... Weil die... Das Malwerk war eher für was anderes. Ich weiß nicht mehr, wofür man das benutzt. Doch, klar! Ja, um ganz bestimmte Sachen zu malen, war das Malwerk. Ach, ja. Weil hier krieg ich zum Beispiel auch nur vier Mehl. Und bei dem anderen krieg ich direkt... Manchmal das Doppelte und Dreifache, wasser? Ich kam nur nicht auf den Namen. Nö, ist fertig. Warte, zack. Aber ist leicht. Ist fertig, aber... Ist aber fertig. Oh, ich bin da im Vorwand. Machen wir ihm Knochen mehr. Ist fertig, dann mach das neben den... Mach ich gerade. Dann müsste das auch angebunden sein. Konnte man da nicht auch... Rezepte... Konnte man da nicht irgendwo auch... ...Kohle reintun? Wo? Äh, nicht Kohle... ...Äh, Feuerstein? Oder war da was anderes? Ja, genau. Da konntest du Feierstein. Du konntest Kies malen, dann hast du ja Feuerstein herausgekriegt. Und geht da... Ach doch, da. Ja, sicher. Aber ich wollte jetzt gerade... ...Mehl machen. Ach so. Ich hab 13. Ja, alles klar. Aber wir müssen ja jetzt gleich durch sein, ne? Okay. Aber guck mal, wie schnell das jetzt geht. Schmiedekunst, habe ich gelernt gerade. Oh, ich bin dann verungern gerade. Hä? Ne, stimmt. Der macht nur Samen. Der macht nur Samen. Dafür brauchen wir das Pulverisierer. Haben wir noch irgendwo was zu... Hab ich nicht noch. Warte mal, das Blei können wir reintun. Äh, in dem Ofen müssten Brote sein. Oh, das hab ich gerade schon gegessen. Oder Zinnerz. Was ist das Blei, Blei, Blei. Ach, ist das Bleierz schon gemahlen? Äh, schon. Blei? Ne. Blei hab ich nicht. Aber hier hab ich noch Blei. Ich hab noch Blei. Ich hab noch Blei hier. Ja, ich mach mal eben Zinnerz da rein. Guck mal. Das ist natürlich echt viel, äh... Äh, jetzt brauchen wir nur noch die Schmelze. Schmelze? Welches ist meine Schmelze? Äh, eher die Schmelze. Den Schmelzofen. Biss uns ein, dann geht doch schneller. Ja. Ja, ja. Einmal drei Öfen kann ich schon mal quaften. Du hast drei Öfen. Achso. Dü, dü. Ich weiß nicht, du hast heiße Angelegenheiten gemacht. Äh, da hab ich noch. So, den dritten Öfen komm ich jetzt auch. Mach ich die. So, jetzt mal. Bauchstein haben wir hier. Und pulverisierter Zinn. Genau. Jetzt nochmal einen Pulverisierer, nochmal einen Pulverisierer. Achso, ich war... Äh, jetzt weiß ich, wer ist meins. Na, dann hattest du doch auch die Chance, noch andere Sachen zu finden. Äh. Ich hab dein Pulver hier reingetan mit. Ist ja kackegal. Ich hab einen Kufferbacher noch. Hier hast du noch Eisengitter? Warte mal, ich tu mal eben den Kupfer da rein. Ey, guck mal, es wird. Uh, so mit. Ähm, was wollte ich denn jetzt? Was wollte ich nicht? Okay, bitte. Ach, ja, ich wollte gucken, was brauche ich denn für die Schmelze. Die machen aber nicht die Induktion, sondern die normale Schmelze. Die ist natürlich besser, die Induktionsschmelze. Welche Schmelze? Warum? Eine Induktions... Ist die bei Ender.io dabei, oder was? Nee, also ist der Thermal Expansion. Hast du eigentlich noch Schmelzer gegeben? Genau. Schmelzer... Ach, scheiße. Regierungsschmelze? Nee, die meinst du nicht, ne? Nee, Induktionsschmelzer. Ganz unten ist der Thermal Expansion. Oh, wir bräuchten Goldnuggets und Kupferbarren und zwei Redstone-Tage. Induktionsschmelze? Wir können keine Schmelze bauen. Oh. Wir brauchen nämlich einen Basiskondensator. Ja, und den kriegt man nur... Ja, aber dann können wir schon mal die drei Öfen... Induktionsschmelze, meinst du die 20, 75, 3? Kann gut sein, ich hoffe, das... Warte... 20, 75, 3 R, genau. Äh, dafür brauchen wir auch Ingvar-Barren. Ja, ja, genau. Ich weiß nicht, wo wir Ingvar-Barren herkriegen. Doch, die kriegst du nachher. Ich weiß, äh, die haben wir auch schon gehabt. Ja, was wir brauchen, ist eigentlich ein... Ähm... Oh, guck mal, siehst du, da war jetzt Gold mit drin in den Zinnen. Ja. Da war Geholt. Goldpulver. Legierungsschmelze? Was war denn dieser drei Schmelze-Ofen? Wie ist denn der nochmal? Ja, das war, äh... Legierungsschmelze. Ist das. Das ist die Legierungsschmelze. Aber die können wir nicht bauen, wir brauchen Gold. Also ich hab jetzt gerade Gold durch Zufall gekriegt. Ich hab aber noch Gold Nuggets. Du brauchst ja Gold Nuggets. Ja, wir brauchen aber auch noch... Guck mal, Redstone. Achso, aber wir haben kein Redstone mehr. Wir können Pennen gehen, wir können Pennen gehen, wir können Pennen gehen. Penn! Hey, Penn! Penn! Heute machen wir ja nicht mehr so lange und ich bin voll traurig. Ja, wir müssen jetzt auch gleich schon Feierabend machen. Ja, ich weiß. Wieso hast du denn jetzt drei Öfen hier hingesetzt? Damit wir schneller... Da tun wir Holz rein, damit wir schneller, äh, machen können. Okay. Ja, hallo? Hm. Guck mal, ich hab hier 20 Kupfer. Dann tu ich hier nochmal Kupfer rein, weil da brauchst du nur Holz rein. Wir brauchen ja keine Kohle. Dann wollen wir nochmal zwei Silber. Hä? Wohin ist das eine Spille, oder? Spinner? Das ist so cool, ne? Wir brauchen leider deine Spinnenfäden auch. Oh, guck mal, wie geil das jetzt ist. Oh, geil. Die ersten, äh, die ersten vier Sojabohnen sind fertig. Das heißt aber, ich mach ein neues Feld, ne? Äh, wir brauchen dann aber... Eine Presse. Und ein... Hoppel-Ding da. Wat? Ein Hopper. Achso. Ja. Das ist doch schon wieder irgendwas. Das ist doch schon wieder am Futtern! Kannst du immer nur am Essen? Ich hab dir 8 Kupfer reingetan, ne? Ja. Oh, geil. Mega. So. Und jetzt will ich gehen. Jetzt hab ich dir geholfen. Also Ärzte lass ich dir eh alle hier. Fiff, fiff, fiff. Ist so. Ich nehm nur ein bisschen Kohle mit und mein, äh, Waffenwasser. Was anderes lass ich dir hier. Ich dachte, wir gehen noch ein bisschen... ...Stone drüber suchen. Ich will nicht alleine sein. Doch. Er will nicht ohne mich. Wie süß. Dach bei können wir auch noch da rein. Da kriegen wir vielleicht auch Silber raus. Hast du noch irgendwo... Hast du auch noch irgendwas machen, ne? Was? Äh, äh, Feuerstein. Äh, nee, da müssten wir... Warte mal, was müssen wir von Feuerstein kriegen? Wenn wir Kies durchlaufen lassen. Ah ja, stimmt. Aber ich hab leider nicht so viel Kies, glaub ich. Äh, ich hab noch... Aber ich hab schon mal einen Feuerstein. Ja, mach ich schon mal noch was. Wo hast du Kies jetzt durchlaufen lassen? Äh, durch den, äh... Pulverisierer, oder? Nein. Durch den... Durch das... Genau. Durch den SAG Wahlwerk. Genau. Zack. Ach ja, und die Bären und so bring ich mit. Äh, nehm ich mit. Bärenbüsche. Ein bisschen was. Und dann geh ich. Aber nur nicht jetzt. Keine Sorge. Bleibt hier noch ein bisschen erhalten. Das ist nett. Kriegen wir nämlich auch Sand raus. Hm. Aber so ewig lang auch nicht mehr, weil wenn wir genug zu essen haben, dann werden wir mich verabschieden. Ja, ja, das ist auf jeden Fall. Ich hab hier ein Apfelbäumchen geflohen. Ja, süß, hab ich schon mal gesehen. Voll niedlich. Wenn er denn auch mal wachsen würde. Wollte ich erst klauen. Wollte ich erst klauen. Bitte was? Ja, Spinnenfäden, die möchte ich hier nicht so reintun. Die würde ich gerne lieber nochmal für uns selber benutzen. Spinnenfäden braucht man ja so ein bisschen. Spinnenfäden, zack. Ich weiß immer noch nicht, was mit dem Resignment macht. Die waren Options. Alter, macht der Ding einen Krach, ey. Na sicher. Außerdem kannst du die Öfen nachher abbauen und für die Schmelze benutzen. Ja gut, das stimmt aber. Da stimmt aber. Ja, gut, Fee. Es ist so, wie es kommen musste. Wir müssen Schichte machen. Es ist 1.20 Uhr. Es wird Zeit für das Bett. Und daher sagen wir mal, tschüss, ich komm nicht mal. Ihr füüüüüüüüüüüüüüü.